Bremen ist die City of Space. Heute war sozusagen mein Space-Tag. Erster Besuch bei Firma Polaris. Die stellen eine Mischung aus Flugzeug und Raumfähre her. Und das Innovative ist, es wird ganz normal gestartet, wie bei einem Flugzeug auf einer Start- und Landebahn. Und dann geht es in den Space und in den Orbit. Bisher gibt es noch Prototypen, aber die Entwicklungsperspektiven sind sehr gut. Und wenn das gelingt, dann ist das richtig ein Quantensprung in der Entwicklung der Raumfahrttechnik. Zweiter Unternehmen, Firma DSI, ein absolut führender, technologisch führender Zulieferer von hoch ausfallsicheren Speichersystemen, wie man sie in Satelliten und in Raumfahrtstationen und in anderen Space Labs zum Beispiel braucht. Und eine Firma, die wächst. Und wir haben heute auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Hoch motiviert, dass auch an dieser Stelle Bremen ganz vorne mitspielt. Insofern insgesamt ein sehr motivierender Tag. Der zeigt, wir nennen uns nicht zu Unrecht Technologie-Metropole des Nordens. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.